Gut, dann geht's weiter. Sie kann man einfach nur lieben, wie Lance. Lance Vance. This is Lance Vance, last dance. Irgendwie so. Weißt du, dies ein tolles Spiel. Klingelt hier das Dixi-Klo? Ich möchte bitte, dass ich es kaputt machen kann und überall Kacke rumfliegt. Das wäre schön. Hahaha, Kacke-Pipi-Humor. Hahaha, Pipi-Kacke heißt es ja. Okay, wie du meinst. Lauf die Musik erst mal. Ails ansehen. Ist auch schön, die haben halt gefühlt irgendeine Krankheit oder so. Die sind schon sterben hier und ich blitze die einfach, um sie zu reanimieren und dann so, oh, Krankheit weg. Cool. Mhm, mhm. Ach komm, ne, wo wir schon mal hier sind. Hi. Die Reaper bringen einen ihrer LKWs hier in die Nähe. Er fährt gerade durch die Straße. Durch die Straße fährt er, ja. Genau das. Miau. Stimmt. Kann man mit den Granaten arbeiten? Ich bin tot. Holy. Wir machen es schnell, würde ich sagen. Wir scheißen auf die Typen. Immer die beste Taktik. Jaaa. Guck, hat funktioniert. Die Fortschritte werden auch immer kleiner, ne. Aua. Ui. Ach komm, wo wir schon mal hier sind, ne. Wir gehen halt schon schnell. Oh, ich bin... Die Reaper kidnappt Leute in Fahrt. Sie sind dort drüben. Schnell. Ah, ich werde verfolgt. Ipfe. Oh Gott. Okay, das ist eigentlich immer ganz cool, wenn man darüber nachdenkt. Ich bin tot. Alle meine Heine sind tot. Oh, ich habe ein paar Geiseln damit getötet. Tut mir ein bisschen leid. Kann passieren. Oh, ich bin eh tot. Oh, sind auch alle Geiseln gestorben. Ist aber eigentlich sympathisch gemacht, dass man immer genau sieht, wie nach und nach die Bereiche befreit werden. Ach Kumpels. Eben war die Mission echt easy, aber jetzt ist es echt schwer. Ich habe einen Gegner getötet. Ich habe ja auch einen Gegner getötet. Oh. Bruder. Komischer, hässlicher Conduit, wie der hier heißt, muss sterben. Ich glaube es nicht. Arschloch. So. Hier muss ich mal eine reinhauen. Tut mir leid. Alter Vater. Sehr schön. Besser Sand. Hauft Granate. Achja, du streamst zwar eigentlich immer zur gleichen Zeit, aber die schwarze Uhrzeit bei deinem Stream Banner ist auf Discord echt schwer zu lesen. Nach einem Autogramm von dir. Ach so. Das kann sehr gut sein. Vielleicht sollte ich deinen Namen irgendwo drauf kritzeln und sehen, wo mich das hinbringt. Moment, da war ein Herzteil. Joa, ne. Könnte man natürlich mal ausbessern, aber... Das wäre mit Arbeit verbunden, das ist ja nichts für mich. Gezielt dran vorbeigelaufen. So, jetzt aber Hauptquist, oder? Durchs Auto gerollt. Das ist immer gut. Der, 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 der. Enttarmte Nemesis. Oh Gott. Resi 3. Es ist genau das gleiche wie beim Brunnen. Warum tust du nichts dagegen? Ich habe einen ganzen Tanklaster mit dem Zeug hochgejagt. Ich dachte, das würde reichen. Irgendwo muss es ja herkommen. Die Leute werden nicht von alleine krank. Ich finde heraus, was los ist. Alter Fotze, geht mir ein bisschen auf den Sack. Muss ich jetzt einfach mal böse werden. Die einzige verbleibende Wasserquelle in der Gegend sind die Türme auf den... Was zum Teufel. Ich habe nichts getan. Siehe sie mir mal an. Also ich habe schon was getan. Ich bin gelaufen, aber irgendwie ist er dabei voll abgespastelt. Die Dächer in der Nähe nach dem Grund. Okay. Erstmal hol ich mir ein Herzteil. Herzteil. Es sind keine Herzteile, aber ich mag es dieses zu nennen. Ja, danke. Explosionsmensch. Ich mag keine Explosionsmenschen. So, Headshot. Ein Headshot. Sie müssen herausfinden, was los ist. Gehen Sie auf das Dach. Ich bin dabei, Mädel. Warum wollen mich alle rumkommandieren, Mann? Oh nein. Ich muss auch mal mit meinen Fähigkeiten klarkommen. Okay, weg hier. Irgendwer ist gerade runtergefallen. Ah. Ich brauche mal wieder ein paar XP hier. Ach stimmt. Ich könnte mich aber wieder aufleveln. Dürfte ich ja eigentlich auch mal wieder können, glaube ich. Hier wimmelt es nur so von Reapern. Ein seltsames Metallfass ist mit dem Wasserton verbunden. Es tropft Tier heraus. So, verseuchen Sie das Wasser. Zerstören Sie es. Ui. Tja, Fass. Oh. Ähm. So von dem Gerät da oben, ne? Alter, das hat einfach irgend so einen Abwehrmechanismus. Das ist ein Scheiß. Tja, ne? Meine Mutter muss näher ran. Oh. Okay, ne? Mist. Ich habe es wohl noch schlimmer gemacht. Ich habe versucht, die Pumpe zu überladen. Jetzt ist noch mehr Teer ins System gelangt. Das ist gar nicht gut. Sprengen Sie das Fass das nächste Mal. Dann bekommen Sie zwar was ab, retten aber Leben. Gibt da auch so was anderes. Das heißt, weggucken. Aber das ist zu viel. Das kriegt der Junge nicht hin. Ohohoho. Ups. Danke für diese Kamera auf jeden Fall. Ha. Döp, 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 döp. Wenn ich die Pumpe überlade, bleibe ich unversehrt. Aber alle, die das Wasser erreicht, werden krank. Wessen Gesundheit ist mehr wert? Meine oder ihre? Ja, was ist jetzt das richtige Moment? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Hauptsache das, ne? Jo. So viele Leute krank. Ja, gute Tat. Merkt schon. Einfach anvisieren, dann laufe ich normal weiter. Warum guckst du nicht weg? Ich hab... Ich hab die falsche Tassen. Nein, das wollte ich nicht. Tut mir leid. Oh Mann. Entschuldigung. Aua. Ach, Lungs. Lungs. Ich wollte ihm mal helfen. Oh. Ich hab nicht selber platt gemacht. Da hab ich nichts zu tun. Immer wenn man wen da hilft, sieht man oben links auch im blauen Bereich von diesem Radar, leuchtet es kurz. Nettes Detail. Ja, 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 ja. Warum auch immer das dann nur mich trifft. Mein Hals. Mein Hals. Ja. Ich weiß, dass ich ein guter Mensch bin. Ein bisschen. So. Wenn du nicht mehr einsetzt... Ja. Hui. Bruder, geht's dir gut? Hey. Nooo Wow 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 wow, Bruder. Die haben Schutzschilder, das ist gemein. Ich möchte auch Schutzschilder haben. Joa, ne? Ah, mein Gott. Musik wird einfach voll laut. Chips oder Popcorn? Popcorn ist gesünder. Chips sind dort hinten nicht mal vegetarisch. Uff. Mach mich. Mach mir nicht meine Hoffnung kaputt. Uff. Oh. Ich habe gekillt, weil ich durchs Wasser gelaufen bin. Tut mir leid. Ja, aber Chips, Chips sind halt geil. Verdammt. Ich muss das nur für, äh... Er hat uns Flips. Alter, da hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Ähm... Ich muss das nur für Funny-Fresh-Chips wissen, weil ich jetzt eh keine anderen eigentlich... Das hört auch irgendwie nicht mehr auf hier, ne? Ich muss hier ganz schön viel erledigen. Ich wollte eigentlich auf die Leine springen, aber gut. Denn halt nicht. Keiner zwingt dich, Cole. Ich freue mich schon ein bisschen auf morgen, muss ich sagen. Geiles Morgen-Zugfahrt, ne? Ein paar Stunden. Aber ich muss sagen, ich freue mich... Also was heißt, ich freue mich auf die Zugfahrt, aber... Ey, da ist ein schönes Switch-Zocken in der Zeit. Ach. Also. Smash Brothers. Wird ganz cool, glaube ich. Und ein bisschen bei meinen Eltern chillen. Ich freue mich schon ein bisschen drauf. Doch. Nicht diesen Scheiß-YouTube-Kram machen, den ich immer machen muss. Äh. Ich mein Geld verdiene... Ach ne, ich verdiene gar kein Geld. Oh. Bruder. Wow. Das war eigentlich gar nicht mal so dumm, dass ich hier drunter gelaufen bin. Ohohohoho. Anflips sind eigentlich ganz geil. Hatte ich auch schon lange nicht mehr. Nee. Kann ich meinen Eltern ja mal sagen. Du musst kaufen. Ähm. Ja. Genau, ich fahre halt wieder zu meinen Eltern, ne? Ich wohne ja ein bisschen weiter weg jetzt. Von meinen Eltern. Genau gesagt. 400 Kilometer. Dementsprechend über Weihnachten und... Neujahr. Dachte ich mir. Oh Gott. Dachte ich mir. Oh Gott. Kann man ja mal nett sein, ey. Ups. Nett sein und vorbeikommen. Bin gespannt, wie viele morgen in meinem Tutorium sind. Und nicht heimgefahren sind. Ha. Und ich hätte morgen halt auch eins. Aber... Das ist schon... Es ist schon ausgefallen. Weil es halt... Er hat eine Umfrage gestartet. So, okay Leute. Wie viele sind ganz ehrlich noch da? Und ich hab halt gesagt. So, ja. Es gab halt die Option ja, nein. Und das wäre das einzige, wofür ich noch kommen müsste. Das hab ich gewählt. Also quasi auch ein nein. Ziemlich wütend machen. Wer zum Teufel sind sie? Äh. Nur ein besorgter Bürger. Jetzt halten sie still. Okay, jetzt ist irgendein Klon von mir oder so. Er stürzte sich auf mich und bote seine eisigen Finger in meinen Kopf. Erst war alles leer. Und dann begann er mir Dinge zu zeigen. Schreckliche, unbeschreibliche Dinge. Genau in diesem Bruchteil einer Sekunde hatte ich verstanden. Er hat mir die Zukunft gezeigt. Tod und Zerstörung von unermesslichem Ausmaß. Als er mich losließ, wusste ich, dass alles seine Schuld war. Er hatte die Büchse der Pandora geöffnet. Und sie würde sich nie wieder schließen. Und alles hing mit der verdammten Strahlenkugel zusammen. Dann ist er verschwunden. Mhm. Wie viele Stunts habe ich jetzt eigentlich? 9 von 21. Ich sollte vielleicht auch mal frühzeitig gucken, wie man die... Oder welche es alle gibt. Ähm. Zumal man ja viele Stunts eigentlich immer bei den Gegnern ausführt. Nicht, dass ich dann irgendwann gar keine Gegner mehr habe. Was ich dann gar nicht mehr machen kann. So nach dem Motto. Das ist ja eigentlich Todesgebiet oder warum ist es so dunkel? Ach komm, mach mal die. Fanklub. Alter. Mein Fanklub. Mein Fanklub. Der Friesenjunge Fanklub. Den will ich sehen. Hier war eben die... Oh Gott. Leise Kacke ne? Ach komm. Bleib mir gestohlen. Ich verzeih mich. So. Ich muss arbeiten. Es ist ein bisschen die Ehre mit dir als Fanclubs. Ich wollte sowas in der Art auch aussprechen, aber ich habe mich nicht getraut. Okay. Mir zu. Narzisstisch. Ich mag letztes Mal das Wort narzisstisch. Ich weiß auch nicht warum. Habe ich für mich entdeckt dieses Wort. Ich habe auch irgendwie... Achso. Oh lol. Hä? Okay. Check ich nicht. Danke für die Info. Okay, bei dem gummigen Gerät. Ah. Ich winkel. Das ist cool. Als nächstes wäre, als wenn du dich selbst im Ehre mit ihm machen würdest. Ja, das stimmt auch wiederum. was sagen eigentlich ist das ist gar nicht das richtige wort aber egal mag das wort punkt hat sich an die nazi okay das ist komische ding zum spitzluft zum spitz zulaufenden ende das ist da hinten das heißt rechts oben davon irgendwo da das ist bestimmt neben dem platz da der balkon okay der balkon da ganz oben das ist cool ja nicht ganz so schwer wie zum beispiel bei breath of the wild da war es mir in erinnerung aber auch diese fotos gab wo man unter so what the fuck wo soll das denn sein da leuchtet es auch schon und das ist ein herzteil das muss natürlich zuerst her wuuhu okay warte mal ach cool Mann, geh doch jetzt da runter. Ich hasse dich. So. Neues Sans ausgeführt. Erstaunlich. Ja, hatte ich jetzt, das war, hatte ich gar nicht die Quest, die ich, äh, ne? Ich wollte, macht ja nichts. Ah, jetzt wieder so ein Audio-Laufwerk. Ne, muss ich mich ja auch noch kümmern. Die würde ich halt schon alle sammeln, das scheint halt nicht so schwer zu sein. Wie viele gibt's nochmal? War mehrere Tage im Krankenhaus, Einzelzimmer, und außer der Schwende niemanden gesehen. Habe die Tür fünfmal getestet, sie war immer verschlossen. Habe den Tropf gecheckt, ich bekam fortlaufend Methadon. Soviel zum Thema Heilung. Hiding. I need healing. Ah. Da 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 da. Kleine Heilung wird zwischendurch. Ah, die Folge ist vorbei. Äh, deswegen würde ich sagen, die Folge ist vorbei. Bis zum nächsten Mal.